Moin Moin und herzlich willkommen und schön, dass du heute wieder da bist zu deinen News unter der Woche. Du siehst es, aufgebaut hier, das Shelly Blue Gateway. Da erfährst du heute so einiges dazu. Was kannst du alles machen? Wie funktioniert MQTT mit den Blue Geräten? Wo kannst du es einbinden? Was ist unter Home Assistant zu sehen? Und, und, und. Aber natürlich auch alle anderen weiteren News unter der Woche. Ja, natürlich auch der kleine Shitstorm, was Philips Hue betrifft. Der ist ja auch nicht ohne und natürlich vieles mehr. Ich würde sagen, legen wir los. Legen wir los mit Shelly und erstmal ganz kurz abgeholt solltest du noch nichts über Shelly Blue Line gelesen oder gehört haben. Ja, das ist neu, seitdem es ESP32 gibt, hier zum Beispiel mit dem Shelly 1 Mini. Damit kannst du auch Bluetooth aktivieren und darüber eben neuerdings auch die Blue Line nutzen. Das heißt zum Beispiel hier eben diese Gerätschaften, wo du drauf drücken kannst. Das heißt Taster oder auch neu eben der Motion. Und der ist halt relativ klein und hat eine richtig tolle Batterielaufzeit. Hier siehst du auch eine etwas dickere Knopfzelle und das ist natürlich klar, weil du brauchst eben kein Wi-Fi dafür. So, wenn du allerdings nur die alten Geräte bisher hast und auch ja gar nichts mehr weiter möchtest, kannst du natürlich auch überlegen, zum Beispiel eben dieses Gateway zu holen und bei dir einfach irgendwo reinzustecken und gut ist. Und was kannst du damit jetzt machen? Also, als erstes inkludierst du das ganz genauso wie bei den anderen Dingen. Das heißt, du nutzt die neue Shelly App, inkludieren via Bluetooth und dann kommt das da rein. Und du kannst zusätzlich natürlich hier gleich die Cloud aktivieren. Das ist der erste Vorteil. Das heißt, das Gerät ist in der Cloud, ähnlich wie eben andere Geräte dann auch. Und sobald du über dieses Gateway andere Geräte dann entsprechend eingebunden hast, das habe ich hier zum Beispiel natürlich mit dem Motion gemacht. Das heißt, du kannst dann auswählen, welche Geräte du nutzen willst eben. Ich habe hier gesagt, das Gateway möchte ich nutzen. Und dann wird über das Gateway natürlich hier der Motion verbunden. So, das heißt, das Ganze ist natürlich Bluetooth. Das heißt, da ist eine Reichweidenbegrenzung. Sollte man natürlich im Hinterkopf behalten. Vorteil trotzdem des Ganzen. Ja, du kannst natürlich dieses dann über die Shelly Cloud nutzen. Das heißt, du kannst darüber natürlich auch deine alten Shelly Geräte steuern. So wie du das eben kennst innerhalb der Cloud mit den Routinen. Soweit so schön. Das funktioniert dann. Aber was geht denn sonst noch? Naja, du kannst natürlich das Gateway dann zum Beispiel auch in Home Assistant reintun. Bringt dir allerdings nicht viel. Da sieht man nämlich nicht arg viel. Also, ja, ist da, aber das war's. Aber jetzt kommen wir zu einer Sache, die ist auf jeden Fall viel, viel interessanter. Und das nennt sich MQTT. Und was macht man mit MQTT? Naja, das Ganze natürlich über einen Broker bedienen. Das kann natürlich auch IO Broker sein. Statt irgendwie ein Moskito zum Beispiel. Oder natürlich auch Home Assistant. Auch dort ist das natürlich ohne Probleme möglich. So, Skripte hatte ich dir schon öfter gezeigt. Und ich habe dir auch gezeigt, wie man eben diese Buttons entsprechend abfragen kann. Und dann damit zum Beispiel sogar Shellys steuern kann. Die Skripte, die findest du eben im GitHub bei Shelly selbst. Oder kannst du auch, wenn du bei Skripte reingehst, dazu musst du allerdings die Web-Oberfläche aufmachen, auf die Skripte klicken. Und dann bekommst du dort auch Beispiele zu sehen. Und da gibt es eben genau auch dieses Beispiel, um eben zum Beispiel mit den Buttons Shellys zu steuern über HTTP-Befehlen. Das ist wirklich eine schöne Sache. Aber, ja, man muss ein bisschen Expertise mitbringen. Schön ist es, im Shelly-Forum gibt es jetzt ein tolles Skript. Und dieses Skript, das kannst du benutzen, einfach dort eintragen. Und, ja, es werden eben alle Shelly-Blue-Geräte dann erfasst. Und du kannst das via MQTT entsprechend dann übermitteln. Das heißt, zum Beispiel in I.O. Broker. Und das ist wirklich eine schöne Sache. Ich habe dir das mal hier von meinem Mosquito gezeigt, was denn reinkommt. Einfach mal als kleines Beispiel. Das heißt, dann ist es egal, ob es eben so ein Button ist. Oder dann auch hier der Shelly-Motion. Das heißt, all diese Dinge kommen dann entsprechend an, ja, bei deinem I.O. Broker Home Assistant. Und du kannst damit arbeiten. Das ist eine schöne Sache. Von mir gibt es auf jeden Fall ein Däumchen für dieses Skript. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall dafür. Schon mal von mir. So, das waren natürlich schon mal so einige Möglichkeiten. Du hast natürlich allerdings auch eine andere Möglichkeit. Und zwar direkt über Home Assistant. Dann hast du einen Raspberry Pi zum Beispiel, der eben Bluetooth mitbringt. Kannst du mit Bluetooth Home zum Beispiel arbeiten. Das ist eine extra Implementierung. Und die Geräte von Shelly sind eben auch da drauf ausgelegt. Und das ist eine schöne Sache. Das heißt, du kannst zum Beispiel den Motion auch da direkt eben inkludieren. Auch das ist eine tolle Sache. Das heißt, dann brauchst du zum Beispiel natürlich auch kein Gateway. Ich weiß, einige von euch da draußen fragen sich immer, warum jetzt Bluetooth? Persönlich muss ich sagen, finde ich es wirklich gar nicht mal so verkehrt. Natürlich, wenn man solche Dinge verbaut hat. Hier habe ich allerdings gehört, scheint die Reichweite begrenzt zu sein. Habe ich selber jetzt noch nicht getestet. Deswegen auch die Möglichkeit, die ich gut finde, eben auch mit diesem Gateway. Da findet sich immer eine Möglichkeit, einfach hier einen USB-Port irgendwo zu haben etc. Und dann sollte das doch gar kein Problem sein. Ja, in einem normalen Wohnzimmer etc. Nicht in der Villa sollte die Reichweite auf jeden Fall für diese Art Geräte dann reichen. Und ja, ich mag auf jeden Fall eben auch diese Buttons. Aber auch natürlich der Door-Window, den ich schon vorgestellt habe. Halt, da ist er nicht. Wo ist er denn? Da ist er. Der Door-Window. Der ist auch ja relativ klein. Lässt sich wunderbar verstecken. Auch das ist wirklich ein tolles Produkt dazu. Also von dem her, ich finde, dass das auf jeden Fall eine sinnvolle Erweiterung ist. Schreib du mal sehr gerne unten rein, wie du das findest. Oh mein Gott! Philips Hue hat einen regelrechten Shitstorm erlebt. Warum? Naja, nachdem ja das mit dem Account-Zwang jetzt noch mal veröffentlicht wurde. Und dass die Geräte dann auch in die Shelly Cloud natürlich synchronisiert werden sollen. Aus Sicherheitsgründen. Damit eben Updates passieren. Was ja sehr löblich ist. Aber ich glaube, mehr wie eine Handvoll, wenn überhaupt, habe ich in den ganzen Jahren eigentlich gar nicht erlebt. An Sicherheits-Updates wohlgemerkt. Also ist das schon ein bisschen zweifelhaft. Aber okay. Ja, aber es war einfach so, dass die Community und auch Home Assistant selber da so ein kleines bisschen nachgelegt haben. Und gesagt haben, das kann doch wohl nicht euer Ernst sein. Ja, so ganz nachvollziehen konnte ich den Shitstorm jetzt nicht. Denn das mit dem Account-Zwang, das ist schon länger bekannt gewesen. Und es wurde auch gesagt, dass immer noch alles lokal zu steuern geht. Also von dem her doch soweit eigentlich alles gut. Persönlich, ja. Wenn du eben nicht die Spezialfähigkeiten von Philips Hue brauchst, würde ich dir sowieso empfehlen, einfach einen Zigbee-Stick zu nehmen. Und entsprechend natürlich IOPO, Home Assistant etc. Und wenn wir doch schon mal dabei waren, was Zigbee betrifft, hier das Fritz Smart Gateway. Das hat auch ja wieder neue Geräte bekommen. Das heißt, da gibt es eine Kompatibilitätsliste. Auch das findest du in meiner Bibliothek. Habe ich schon mal vorgestellt. Wenn du eben mit Fritz Box dann entsprechend Zigbee-Geräte zusätzlich nutzen möchtest. Wie gesagt, da ist es auf jeden Fall jetzt erweitert worden. Es gehen noch mehr Geräte. Allerdings verlass dich nicht darauf. Da musst du dann wirklich selber testen und dein Glück versuchen. Dann ganz kurz zu Semismart. Ein chinesischer Shop. Da habe ich ja auch hier solche Matter Bulbs her. Und die haben jetzt ein neues Gateway. Das Ganze dann mit Thread. Das heißt, du kannst da natürlich dann auch Matter over Thread entsprechend machen. Eine schöne Sache. Aber ja, es gibt natürlich jede Menge Threads, Gateways, sage ich mal. Das heißt, angefangen natürlich, was Apple die Minis betrifft. Und dann natürlich auch gar kein Problem hier von Google beispielsweise oder selbst von Amazon. Und ja, da natürlich der alte Vierer, vierte Generation oder eben auch die neuen Geräte, die kommen werden. Da habe ich dir allerdings fast ja alles schon vorgestellt. Nämlich am Wochenende. Es gab ja letzte Woche eben das Event. Das heißt eben, ja, das neue 8 Zoll Display, um eben deine Smart Home Geräte zu steuern. Das ist das eine. Auch das hat natürlich dann Thread und Matter mit an Bord. Und dann natürlich auch noch der neue Echo Show 8. Auch der hat das mit an Bord. Das heißt, es wird sowieso natürlich viel, viel mehr Geräte da geben. Und wenn du da eins hast, dann brauchst du natürlich nicht noch extra das von Semismart. Dann Nanoleaf. Auch da habe ich ja Metaplugs schon hier. Und auch Nanoleaf hat jetzt das Sortiment erweitert. Das heißt, da gibt es jetzt entsprechende Einbauleuchten in Farbig. Auf jeden Fall auch eine schöne Sache. Also, ja, man kann sagen, das Portfolio erweitert sich. Und das tut es sowieso. Da bin ich leider eben noch nicht dazu gekommen, die Geräte hier zu testen von TUO. Auch das sind ja Meta-Geräte. Das werde ich vielleicht dann das Wochenende dann nachholen. Apropos Amazon, was ich jetzt vergessen habe. Es gab ja schon mal was, was so ähnlich war wie ein Projekte. Und zwar für die Kids. Der Name fällt mir jetzt gerade gar nicht ein. Das heißt, das wurde dann ja entsprechend auf den Tisch gebeamt und die Kids konnten dann mit der Oma zum Beispiel sprechen und Spiele machen und so weiter und so fort. Wo ich sage, nein, ja, das Ding ist auch gefloppt und letztes Jahr natürlich wieder aus dem Sortiment geflogen. Aber das Ganze soll dann jetzt irgendwann demnächst kommen, um das vielleicht zum Beispiel an deinen Kühlschrank zu projizieren und du kannst dann auch dort entsprechend drauflegen. Das finde ich wirklich eine schöne Sache und bin ich echt mal gespannt. Da könnte es wieder tatsächlich mal in den Fingern jucken. Ja, das ist wirklich dann mal wieder was Innovatives, wenn es denn Amazon nicht wieder versaut. Ich bin ja was Amazon betrifft sowieso ein bisschen sauer, habe ich ja auch gesagt bei meinem Amazon Video. Denn das Gerät da hinten, es wurde definitiv ja beim Event gesagt, das wird nicht erweitert werden. Das heißt, die neue Oberfläche eben für Smart Home kommt nicht. Das einzige ist und bleibt eben diese Smart Home Favoriten hier. Da hätte man nämlich wesentlich mehr draus machen können. Wirklich, wirklich schade. Ja, Blink habe ich ja auch hier und auch das Sync Modul 2 und das Ganze gibt es dann jetzt nochmal als Pro-Variante. Wer hätte es gedacht? Ja, ein Schelm, wer irgendwie Böses denkt. Also, wenn dich das interessiert mit den Features, bitteschön. Also mich nervt das langsam nur noch ab. Schöner ist da eher das Extension Pack für die Kameras. Das finde ich natürlich wenigstens mal wieder was Sinnvolles. Und dann gab es noch die Outdoor 4, die Flat-Kamera. Also für außen sieht eigentlich auch ganz nett aus. Allerdings, ja, für mich ist Blink eigentlich mehr oder minder so ein bisschen gestorben, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn, ja, nur eben mit diesem Sync Modul und jetzt hat er noch den Pro-Modul etc. Mir fehlt einfach, was Blink betrifft, die Flexibilität. Da ist es mir egal, ob dann jetzt das Pro-Gerät die Reichweite erhöht, da irgendwelche Gruppenfunktionalitäten gemacht werden können oder was auch immer. Ich will das alles schön in meinem Home Assistant mit drin haben und steuern können. Fertig, aus. So, zum Schluss habe ich noch ein paar andere Kleinigkeiten. Zum einen das Acara T2 Unterputzmodul. Das bekommst du jetzt auch verdrahtet. Hat dazu schon ein Video gemacht, falls dich das interessieren sollte. Als zweites Philips U Secure Draw. Da kriegst du jetzt auch die Komponenten zu kaufen. Kannst die bestellen. Da gibt es einzelne Pakete. Wenn du das noch gar nicht so weißt, was das ist. Es geht jetzt nicht mehr eben um Licht und Plugs, sondern Security. Das heißt, da gibt es dann beispielsweise jetzt eben auch Tür-Fenster-Sensoren mit in diesem Paket zu kaufen. Eben als kleines Alarmsystem. Okay, fehlt glaube ich noch ein bisschen was dazu, damit das ein richtiges Alarmsystem werden kann. Aber nun gut. Ja, und zum Schluss habe ich noch Kameras für dich. Nämlich von Eufy. Auch da gibt es neues Links. Packe ich natürlich alle unten in die Beschreibung rein. Da gibt es neue Außenkameras, neue Innenkameras. Mich interessiert allerdings hier am meisten tatsächlich die Doorbell. Mit ihren Spezialfunktionen. Vor allen Dingen relativ sinnvoll. Die kann nämlich nach unten gucken, Paketerkennung machen etc. Weiß nur nicht, ob die RTSP-Stream zum Beispiel haben. Da hatte ich jetzt eben nichts gesehen. Ist Homebase kompatibel. Aber ja, wenn du das Ganze eben ins Apple-Universum packen willst, leider da eben noch nichts. Dafür natürlich wieder Amazon und Google ready. So, und ganz zum Schluss nochmal so angemerkt. Denn heute Abend ist schon wieder, ja, Beta-Tag, was Home Assistant betrifft. Und natürlich dann das Creator-Treffen. Das heißt, da werde ich natürlich wieder alles Neue erfahren. Ich weiß natürlich, weil das letzte Mal eigentlich schon fast mit drin sein sollte, eine Sache wird es da mit Sicherheit geben. Nämlich, ja, die Triggerworte für, ja, ich sag mal, Year of the Voice. Das heißt, kennst du ja, das heißt, ob das jetzt Siri heißt, ob das Alexa heißt oder was auch immer. Ja, auch das steht natürlich noch an bei Home Assistant, Year of the Voice. Es wurde ja schon einiges vorbereitet. Und ja, ich habe ja auch schon einiges gezeigt, was du eben mit Home Assistant und Sprache lokal eben machen kannst. Und da geht es natürlich jetzt, ja, mit Vollgas voran. Und das Einzige, was bisher eben noch nicht so da war, ist zum Beispiel eben das Triggerwort, um das Ganze eben anzustoßen. Das wird es dann hoffentlich jetzt geben, aber bestimmt auch noch viele weitere News. Wenn dich das alles interessiert, ja, freue ich mich über ein Abo, Glocke nicht vergessen und Däumchen, wenn dir das Video gefallen hat. Ansonsten sag ich schon mal vielen Dank fürs Zusehen. Bis demnächst. Ciao, ciao. Euer Jörg. Euer Jörg.